Der Rostocker Maler Jürgen Weber wird 80 und bekommt eine große Einzelausstellung. Aber, darauf legt der Künstler Wert, das soll keine Rückschau auf sein Lebenswerk sein. Die 100, die wolle er schon noch erreichen. Also ein Mann, der viel Vitalität ausstrahlt, genauso wie seine Bilder. Malen und Zeichnen, das hatte mich schon irgendwie fasziniert. Dieses auf dem Papier, also wie wir etwas erzeugen, was diesen Schein von Wirklichkeit erzeugt. Ich sehe Frauen gern an und male sie erstmal so ganz lapidar. Und die sind ja auch teilweise, wenn sie die da in der Ausstellung sehen, sind ja teilweise auch sehr eckig. Aber trotzdem, diese Härte, sie wirken von der Entfernung weich. Für Weber liegt die Schönheit in der Rohheit. Porträts, Plastiken, meist Frauen, wenig Landschaften. Zu seinem 80. Geburtstag zeigt die Suizität Rostock-Maritim Malereien und Plastiken der vergangenen zehn Jahre. Lebensbilder, so heißt die Ausstellung. Als Heranwachsender malt der gebürtige Schlesier Passanten. Sein Umgang mit Formen und Farben wird freier. Mitte der 50er geht der Junge aus einfachen Verhältnissen nach Dresden an die Hochschule für Bildende Künste. Eigentlich wollte er Bühnenbild studieren, doch ein Lehrer überzeugte ihn von der Malerei. Jahrzehntelang unterrichtete er Aktmalerei. Der große Durchbruch kam nie. Dass ich mich gar nicht in der Öffentlichkeit behauptet habe, das finde ich nicht gerade großartig. Ich hatte ja auch immer Kraft gehabt, ich war so auch nie blöd oder so, ich war nicht dumm. Dass ich glaube ich nicht mutig genug im Leben war, also im wirklichen Leben, im Alltagsleben. Und dann ist es ja auch jetzt hier auf den Bildern, da ist sicherlich ein gewisser Mut da. Aber jetzt auch der Mut zur Verformung und zur Eigenwilligkeit, der, ich sag scherzhaft, wenn ich in New York aufgewachsen wäre, hätte ich entweder was gelernt oder ich wäre untergegangen. Sein Lebenswerk, für ihn auch mit 80, noch nicht abgeschlossen. Der Tizian hat wohl mit 91 eine Venus gemalt, wo er sagte, die konnte er vorher noch nicht malen. Vielleicht in diesem Sinn. Da wissen Sie ja auch nicht, wie lange der Trieb reicht oder wie lange das überhaupt, es gibt es ja schnell auch eine Art unglückliche Liebe bei sowas.